Wer nachts lange feiern kann, kann am nächsten Morgen auf früh aufstehen und arbeiten gehen. Ich habe unterschätzte Talente als Schokolade Bert Trautmann, der mit einem Genickbruch in England die Meisterschaft gewonnen hat. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Webentwicklung schnell und auf den Punkt gebracht. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Endlich ist er weg.